was wollt ihr von mir und rein ich glaube nicht dass es so bewischt hat diese verdammte stadt du kanntest ihn also du hast ihr in ein westen lässt gestochen nehmen die blöcke über die straße und lauf die centurion plaza ich habe hier streiten war auf dem weg zu dir du hast nicht mehr viel zeit nein na ja fast auf ein neues würde ich sagen wurde erschossen aber wieder ist wirklich ohne scheiß alles erstmal sofort in den nachrichten ist ich habe hier streifenwagen auf dem weg zu dir du hast nicht mehr viel zeit ich wirst du mich verarschen kann ich eigentlich mein steam oder lehren ja na du komm du komm geh auf ich muss darüber aber ich glaube was ist nun los ich weiß nicht ist das vielleicht ich glaube ich spring zu spät ab ich habe hier streifenwagen auf dem weg zu dir du hast nicht mehr viel zeit geht doch ja ich bin halt immer die ganze zeit zu spät abgesprungen natürlich schießt weiter um mich ja warum auch nicht ich bin nur noch ein kleines aber das kleines mädchen ich kann ich kann nichts da kann nichts dafür ja ich kann leider nicht schnell laufen ja ich sehe ihn aber gut dass er uns jetzt noch tipps gibt wo land gehen können nächste rechts kollege hat mich gleichmäßig weiter und lauf sieht auf jeden fall gut aus egal was hinter dir ist lauf einfach weiter ja ist ja gut man ich laufe ich laufe ich laufe ich bin vor ist auf der plaza müsste sein ausgang auf die bahnüberführung geben krieg kommt auf die andere seite und holt sich aus ich bin vor es gab der rennt ja auch den ganzen tag wollen wir jetzt einen kleinen umweg genommen habe ich weiß es nicht ehrlich gesagt aber ich ja fikt euch fikt euch zum glück kann man die umrennen das ist eigentlich gute bahnüberführung das ist der einzige weg warenüberführung also ich hoch fikt dich darauf auf mich zu schießen alter da ist die leiter jawohl wenn sie schon ein bisschen raus ich gebe die krieg kopf holen wir dich heraus und hab und hab ok neues kapitel geil merks unterschlupf 7 uhr 1 irgendwas macht irgendwie nervös ich weiß nicht warum aber sie sind mächtig unruhig war schwer zu entkommen die kopf sind einfach zu lahm aber sie sind ziemlich schießwürdig geworden im ganzen funk ist nur noch pop thema die kopf sind heiß sehr heiß keine ahnung was los ist vielleicht stehen vertragsverlängerungen an also vorsichter draußen zähl also was soll der aufruhr unsere kleine hier hat beweismaterial von einem tatort entfernt jetzt ist jeder kopf der stadt hinter ihr her ist das das beweismaterial ja es ist wohl aus einem tagebuch der rest davon war weg alles was ich in ziffern kann ist die karos oder so und zum höchsten die karos war das nicht dieser grieche genau sein vater den flügel aus federn und wachs gemacht dann ist er kleine zu nah an die sonne geflogen und keine flügel mehr und kein ikarus mehr wenn irgendjemand was gehört hat dann eher das weißt du fällt ja ich weiß er ist kein runner mehr aber er hat kontakte irgendwann begegnet ihr euch wollen wir bitten wer jackknife steckt er ist auf den dächern beim alten trainings gelände der runner nahe der kanalisation aber auf weg ein wimmelsloser von kopf naja kommt das werden wir schon hinkriegen also wiederum klettern kann mich dann hier wieder hochziehen und ab ach so per wandlauf würde ich sagen geil dass man hier auch richtig schwingen kann ok nein scheiße ja gute machen wir halt so machen wir hier runter gehen wir da runter wollen uns war der helikopter hat sich entdeckt ok ja ich muss erst mal gucken aber hoch mit dir man muss doch erst mal gucken wo langt man komm mal zum maul aber man hat denke ich mal hier auch ein paar optionale wege die man hier machen kann gehen kann weil ich hätte garantiert jetzt oben lang gehen können und einmal unten lang gehen können ja da ich ja du verkackt habe muss ich halt unten lang gehen und natürlich ja im elie der mich natürlich sieht pick dich alter wiederhielt mir auf kein geist gehen aber noch ein bisschen ich kann halt nicht schnell laufen zugang ich such dir einen neuen weg naja da ist erwartung sogar super ich weiß halt nicht ob ich ja ich habe halt den sprung dahin verkackt der hier oben rüber gehen müssen was machst du nicht darum drehen okay das heißt ja da haben wir lüftung schacht ich kenne mal lüftung schacht hoch komme ich von daran jungen sehr gut ich bin so ich bin ich zog halt sehr sehr viel csgo gut zu derzeit vielleicht nicht mehr aber ich bin halt halt jetzt wo zur aufnahme halt sehr stark geworden im attack zu gewinnen du musst die kanalisation erreichen ja dass ich darauf muss ist mir logisch ist mir vollkommen klar hopp 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 abrollen und darüber ich hoffe dass ich da so runter gesprungen komme ach du arschgeige mann ich wollte man muss sich halt runter garantiert runter runter kämpfen nein so nicht ich denke mal ich muss ein wandlauf machen ach so machen wir mal so ich bin volle sachen die falsche richtung dran ach nur komm hopp alter mit dem mit der rolle mann das irritiert ein fübelz das man verschätzt ich mich oft ob das überhaupt noch geht oder nicht hopp wow jetzt schwing ich in die kanäle ja bin ja unterwegs fangen wir nochmal einen schönen wandlauf fangen wir nochmal einen wandlauf nochmal einen schönen schwung holen 1 und zurück keine ahnung ob es jetzt geht hey du arsch drehe ich nicht ja ich kann nicht abspringen ich kann nur loslassen auch sehr geil warum kann ich nicht abspringen ich konnte nicht loslassen hopp das verstehe ich nicht dass ich nicht loslassen konnte aber das ist auch saumäßig knapp schon hier gewesen gerade ich weiß halt nicht warum ich nicht loslassen konnte ok ich muss trotzdem schwingen zack hin und her hin und her ach so in dem richtigen moment wenn ich vorne bin alles klar ich muss in den richtigen moment abpassen dann funktioniert es aha also die haben auf jeden fall auch physik spielereien mit eingebaut was man wirklich erst rausfinden muss also ich finde es wirklich geil äh noteentriegelung ich muss weiter sicherlich und ich verkack den sprung man ich wollte auch nur normalen gut kein wand lauf denn da habe ich vor allem weil es auch so dunkel ist jetzt ich habe eigentlich gedacht dass ich den sprung nicht packt da ist wieder so eine box klar lunch da gehen wir so hin hier sollen wir jetzt rein oder was das soll die kanalisation sein ähm ne ansatz gut so ist der ansatz auch noch besser und hoch mit dir dann haben wir hier einmal die strebe jedenfalls mal weiter hoch mit dir im feld aber trotzdem sehr geil gemacht die grafik die gefällt mir richtig ich bin echt mal gespannt wie ähm geht's weiter so war jetzt durch oder wie ich bin mal gespannt wie die grafik nachher alles von catalyst aussieht vom neuen teil ich habe hier karten der kanalisation auf der anderen seite sollte ein ausgang sein sieht ziemlich hoch aus äh was bringt mir das jetzt na leute ein moment ich sehe gerade gar nichts grafik so mein job speichern so so sehe ich jetzt wieder an wo muss ich denn da oben muss ich hin ok sonst ich habe gar nichts gesehen und so ist es natürlich auch für euch besser wenn daher wieder dunkle heller wird dann werde ich die helllichkeit natürlich wieder rausnehmen hopp komm hoch weil aber so ich habe nichts gesehen nichts hopp hopp hoch mit dir aber wirklich vom spielkonzept und alles her richtig geile spiel hopp hoch mit dir fickt euch mit scharfschützen mann bin ich jetzt im kreis gerade man braucht eigentlich gar nicht großartig nachjustieren mit dem we mit a und d beim balancieren finde ich sehr gut na gut außer man hat wahrscheinlich ja genau die haben die ratte abgeschossen man ey du kollege was hast was hat denn die arme ratte dir getan man dass du die abschießen mooo oi 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 ihr musst schalte die scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem weg auf jeden fall musst du da durch so tschüss hopp und hopp hopp zwei und drei wow das war knapp das war richtig knapp hopp hier rum können wir jetzt gehen ich hoffe mal dass das eigentlich relativ egal ist ich hoffe es einfach mal hopp 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 um sowas zu haben wirklich trainiert haben oder hopp 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 hopp